hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auch hier nach dem ticket und heute ist das andere the walking there is no man's land an der reihe das muss jetzt erstmal kurz installieren und dann geht es weiter also bis gleich so einmal schnell installiert und jetzt geht es weiter aber noch schon über zulassen annehmen ich hoffe da ist auch noch mal ein altes spiel ja es sind über 16 ja ist doch mein altes spiel da cool 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 so jetzt erstmal die zombies killen die uns angreifen wollen kostenlos aufrufen fun 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 kostenlos da zack und den klima was klima die frau nicht ich darf nur noch eine person mehr nehmen dann nämlich lieber die punkte so 38 habe ich das ist cool probiere ich mal 20 einen neuen spiel zu holen ich hoffe ein epischen oh das ist gut okay mel ich brauche ich denke ich nicht und ach ich muss doch erst den anderen drücken ich konnte nicht beide nehmen nein falsch gemacht Fehler Mist 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 Ausrüstung das ist zerlegen okay es gibt eine bessere Rüstung da gibt es auch was besseres dann werden wir erstmal noch schnell das voll ok vier stunden verbessern habe ich genug nahrung habe ich gutti 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 ansehen videos ansehen ne das machen wir nachher verbessern wir meine rüstung oder wir schicken erstmal eins zum training wer 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 oder die 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 sandra kam weg wo das ist das alles war erstmal fangen wir hier an oder äh 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 Machen wir hier Training. So, meinen Überlebenden anschauen. Ausrüsten. Also, das heißt, ich kann die Ausrüstung noch verbessern. Die hat das Beste an. Das kann ich auch noch verbessern. Verbessern, da gibt es was Besseres. Ziehen wir an. So, gut, gut. Dann kommen wir jetzt zu den Missionen. Wir haben, wenn das noch nicht zu Ende gespielt ist, dann wäre es doch bei Kapitel 2. Eine Sonnenmission müssen wir noch machen. Können wir machen. Herausforderung. Dann die Staffeln. Das sind halt noch andere zum Missionen, wenn du reingehst. Von Staffel 7b, 7a, Highlights, 8a, 8b, 9a, 9b. Und wenn du das halt gespielt hast, dann kannst du hier Dinge ins Krieg, solche Karten, wie ich vorhin gesammelt habe, wo ich mich ja mal verdrückt habe. Und dann könnte so ein Held dabei sein. Also, Daryl haben wir. Dann wird ein anderer Daryl kommen. Ein stärkerer, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen in Kapitel 2 rein. Das hatte ich nicht geschafft gehabt. Nehmen wir den, oder? Wen soll ich da nehmen? Machen wir alles so. Wir müssen helfen. Okay. Ein Zug dauert das. Oh oh, es kommt so ein Wies. Ah, der ist tot. Ich habe verloren. Shit. Shit, fucking. Ich mache zwei Runden. Boah, das hat er noch geschafft. Sure. perfekt ein und spielst so das war's doch schon wieder für heute das war Jörg zurück ins Lager Schoppe angegriffen werden und das war nur der eine genau der Trümer gut Werkstatt können wir noch mal schauen ach, was habe ich denn hier alles ich wollte das ja eigentlich so machen dass ich mindestens grün habe weil die haben zum Beispiel nur zwei Fähigkeiten die Waffe die hat nur eine Fähigkeit deswegen grau schon mal weg die weg und probieren dass ich davon nochmal zwei habe hier habe ich episch das heißt Silber geht aber komplett runter und dann kann ich nochmal zwei verbessern bei denen ist es zwei und nochmal den einen nochmal verbessern kann man sich da eigentlich aussuchen welche Fähigkeit verbessert also von den dreien dass man sagt die beiden sollen besser werden es ist immer der unterste der gold ist sieht man ja bei denen hier der ist einmal verbessert worden zweimal kann ich den noch und dann nochmal zweimal ja okay das war es denn für heute ich renne schnell zurück hole mir mein Ticket ab ich werde gleich nochmal hier kurz reinschauen und dann würde ich mal sagen viel Spaß bis zum nächsten Mal ich würde mich freuen wenn ihr wieder dabei seid bis dahin Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.